Sie wollten. Ich werde Ihnen so viel geben, dass Sie sagen, bitte geben Sie uns nicht so viel Unterstützung. Präsident Trump unterwegs in die Zentrale der CIA. In den vergangenen Wochen hatte Trump die Geheimdienste immer wieder scharf kritisiert, etwa für deren Einschätzung Russland habe die Wahl beeinflusst. Demonstrativ besuchte er nun einen der wichtigsten Geheimdienste gleich an seinem ersten vollen Tag im Amt. Sie sollen wissen, ich stehe so hinter Ihnen. Ich weiß, Sie haben nicht immer die Unterstützung bekommen, die Sie wollten. Ich werde Ihnen so viel geben, dass Sie sagen, bitte geben Sie uns nicht so viel Unterstützung. Die Geheimdienste seien in ihrer Arbeit zu oft eingeschränkt worden, auch im Kampf gegen den Terror. Radikaler islamischer Terrorismus, so Trump, das habe ich auch gestern gesagt, muss ausgerottet werden, muss von der Erdoberfläche verschwinden. Er ist böse. Er ist böse. Untertitelung des ZDF, 2020